Der Wohlstand wird uns bald enteile, weil alle nur noch unverteile. Auch in Davos, die Weltelite, sind alles nur korrupte Miete. Doch einer ist jetzt hingekomme und hat sich die aufs Korn genommen und sagt, ihr da im teure Frack seid alle Sozialisten. Herzlich Willkommen! Ich war mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob ich das Video jetzt überhaupt machen soll. Weil erstens, das Ganze ist jetzt nicht mehr absolut brandaktuell. Und mal ganz abgesehen davon, wen interessiert schon, was ein Argentinier sagt zum Zustand der Welt, auch wenn es der neue argentinische Präsident ist. Aber der, der hat eben vor ein paar Wochen eine Rede gehalten auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Und da hat er den versammelten globalen Eliten, wenn man so will, denen hat er die Leviten gelesen. Er hat ihnen nämlich vorgeworfen, sie hätten da die völlig falsche Agenda und sie würden die Welt gerade voll reintreiben in Armut und in Sozialismus. Javier Milley. Man nennt ihn hier meistens den argentinischen Trump. Argentiniens Trump als Hoffnungsträger. Argentiniens Trump überrascht in den Vorwahlen. Argentinien erlebt seinen Donald-Trump-Moment. Das sind jetzt ausnahmsweise alles mal österreichische Berichte, damit es nicht immer nur heißt, die deutschen Medien schreiben alle voneinander ab. Ich habe hier Javier Milley ausführlich porträtiert vor zwei Monaten. Und so wahnsinnig ähnlich ist er Donald Trump jetzt gar nicht. Beide sagen jetzt zwar von sich, dass sie gegen ein korruptes Establishment kämpfen würden. Und beide sind jetzt auch nicht unbedingt zart, weil beseitet. Also Javier Milley, der ist im Wahlkampf zum Beispiel oft mit einer Kettensäge aufgetreten. Mit der will er ja auch den Staat dann abrasieren. Und einmal hat er in einer Fernsehshow zum Beispiel auch auf eine Attrappe der argentinischen Notenbank eingedroschen. Die will er ja auch abschaffen und dafür den Dollar einführen. Ich verlinke Ihnen das. Das Video ist sehr amüsant. Da ist Donald Trump also, könnte man fast sagen, noch ein zartes Pflänzchen dagegen im Wahlkampf. Aber sonst haben sie jetzt nicht so wahnsinnig viel gemeinsam. Milley war Universitätsdozent. Er hat Bücher geschrieben und sehr viele Fachartikel. Er war Volkswirt auch bei der HSBC und bei der Internationalen Handelskammer auch. Und vor allem Milley ist libertär. Das ist Donald Trump ja in keinster Weise. Und jetzt als Präsident will er eben den Staat radikal zurückdrängen und seine Rede in Davos, die war eben auch eine radikale Verteidigung des Kapitalismus. Eben auch mit dem Vorwurf an die Eliten da, dass sie den Wohlstand, der mit dem Kapitalismus geschaffen worden ist, jetzt wieder zerstören würden. Die westliche Welt, sagt er, ist in Gefahr, so geht die Rede los. Und zwar sie ist darum in Gefahr, weil die, die die Werte des Westens verteidigen sollten, hängen einer Vision an, die unweigerlich in den Sozialismus führt und damit in die Armut. Zitat Ende. Und das hat natürlich gesessen. Es hat bei vielen einen Aufschrei gegeben. Der Jacobin hat zum Beispiel geschrieben von einer Freakshow in Davos. Man würde sehen, wie der rechtsradikale Libertarismus gerade aufsteigt in den Mainstream und dass wir jetzt auf dem Weg sind in einen Zombie-Neoliberalismus. Und auch da, wo neutral darüber berichtet worden ist in der Welt, auch da hat zum Beispiel der Chefredakteur Ulf Posch gesagt, das sei so alienmäßig gewesen, wie da der argentinische Präsident vor so einem Milieu von unendlich reichen, mächtigen Leuten, die sich aber alle arrangiert haben, so eine Rede hält. Eigentlich ein Misstrauensantrag an Davos. Was hat er letztlich noch alles gesagt? Er hat weit ausgeholt. Er hat gesagt, von Christi Geburt an ist die Weltwirtschaft 1800 Jahre lang so gut wie gar nicht gewachsen. Und um 1800, da haben 95 Prozent der Menschheit in extremer Armut noch gelebt. Dann kommen aber Industrialisierung und der Kapitalismus und das Wachstum ist explodiert. Und im 20. Jahrhundert, da hat sich das Ganze dann sogar nochmal beschleunigt. Und insgesamt hat sich die Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung in dieser Zeit verfünfzehnfacht. Und obwohl sich die Weltbevölkerung gleichzeitig verachtfacht hat oder verneunfacht, sind jetzt 90 Prozent der Menschheit der extremen Armut entkommen. Und es sei eben völlig offensichtlich, dass das die Leistung vom Kapitalismus war und von niemandem und nichts sonst. Und vor allem auch in den Ländern, die frei sind, die eine freie marktwirtschaftliche Ordnung haben, da wird es den Leuten auch zwölfmal so gut gehen wie den repressiven Staaten. Und dazu ein kleiner Einschub. Ich habe das Ganze nämlich aufgegriffen. Es gibt da, es gibt ja von der Heritage Foundation in den USA einmal im Jahr diesen Economic Freedom Index. Die vergleichen da die verschiedenen Länder, wie wirtschaftlich frei die sind, wie stark sich die Marktwirtschaft da eben auch entfalten kann. Und darum geht es in meiner nächsten Hauspost. Also welche Länder stehen da ganz oben auf dem Index und warum? Und wie kann man in die investieren? Und es gibt da auch ein paar Überraschungen und auch ein Land, das in diesem Index komplett abgestürzt ist. Lassen Sie sich überraschen, die Hauspost kommt Ende dieser Woche und sie ist gratis. Das heißt, wenn Sie sie noch nicht kriegen, Sie bekommen sie auf www.heinrichs-hauspost.de. Okay, passend zum Thema heute. Was hat Javier Milley noch gesagt? Er hat gesagt, trotz seinem großartigen Erfolg wird der Kapitalismus heutzutage eben überall untergaben. Teils, weil es die Leute gut meinen würden, aber eben teils auch, weil sie an die Privilegien wollen, auf Kosten von denen, die noch was leisten. Und damit würden sie aber die Welt zurückstoßen in Misswirtschaft und Armut. Und das sei unmoralisch. Und Sozialismus, das würde jetzt nicht unbedingt heißen, dass der Staat jetzt alle Produktionsmittel hat. Sondern es reicht auch schon, dass der Staat eben ständig in den Markt eingreift, dass er das Marktgeschehen verzerrt. Und wie Sie sich auch alle nennen würden, die Gruppierungen. Kommunisten, Sozialisten, Faschisten, Sozialdemokraten, Christdemokraten, Neokinsianer, Nationalisten und so weiter. Sie wollen alle, dass der Staat die Dinge regelt in unserem Leben. Und damit untergaben sie aber alle genau das System, das der Menschheit einen seiner spektakulärsten Fortschritte gebracht hat in ihrer Geschichte. So entstehen Armut und Elend, sagt er. Und er wisse, wovon er spricht als Argentinier. Weil der Kapitalismus hat Argentinien vor 100 Jahren zu einem der reichsten Länder der Welt gemacht. Und dann ist aber der Dirigismus gekommen. Dann sind Staatseingriffe gekommen und Umverteilung. Und heute ist Argentinien komplett am Boden. Was leider auch stimmt, Argentinien ist runtergewirtschaftet worden. Ich bin hier ja auch schon öfter mal drauf eingegangen. Aber heißt es im Gegenzug dann automatisch, dass die Lösung der totale Anarchokapitalismus ist? Weil so bezeichnet er sich ja selber als Anarchokapitalist. Man kann sich natürlich schon fragen, zum Beispiel, warum haben wir hier im Westen in letzter Zeit nur noch so ein niedriges Wachstum? Wo wir doch jetzt die letzten Jahrzehnte diese ganzen Wahnsinns-Technologierevolutionen gehabt haben. Internet zum Beispiel, Smartphones, Vernetzung von allem mit allem. Das hätte doch hier auch einen riesen Produktivitätsschub geben müssen. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass wir so hohe Staatsquoten hier haben inzwischen. Die Staatsquote, das ist der Anteil vom Bruttoinlandsprodukt, den sich der Staat nimmt, den er für sich beansprucht. Und bei uns ist dieser Anteil bei 49 Prozent. Helmut Kohl hat mal gesagt, bei 50 Prozent fängt da Sozialismus an. Sowas lähmt natürlich so eine Staatsquote. Das belastet die Wettbewerbsfähigkeit. Und gleichzeitig hat man aber leider natürlich auch das Gefühl, dass der Staat mit seiner Umverteilung jetzt nicht so wahnsinnig effizient ist. Und auch nicht als Unternehmer oder auch als Bauherr, siehe Deutsche Bahn oder Berliner Flughafen. Und trotzdem, trotzdem haben wir hier immer noch ständig Debatten darüber, wo der Staat überall zu wenig Geld ausgibt und wo er zu wenig tut. Hier macht er zu wenig, da macht er zu wenig. Wir haben aber nie Debatten darüber, ob er sich vielleicht das eine oder andere auch mal sparen könnte und schenken könnte. Weil er da Großteil in unserer Gesellschaft anscheinend immer noch nicht verstanden hat, dass der Staat das, was er ausgibt, auch irgendwo hernehmen muss. Und im Normalfall jemand wegnehmen muss. Und was wir definitiv auch haben mittlerweile, da würde ich Herr Kavier-Millet völlig recht geben auch. Wir haben einen großen antikapitalistischen Frontalangriff in den Medien und in der akademischen Debatte. Wenn man sich nur mal die Buchveröffentlichungen da anschaut in der letzten Zeit. Andrew Sayer, warum wir uns die Reichen nicht mehr leisten können. Thomas Piketty, der für einen neuen demokratischen ökologischen Sozialismus wirbt. Dann Ulrike Herrmann natürlich, das Ende des Kapitalismus, warum Wachstum und Klimaschutz nicht miteinander vereinbar sind. Und das bekannteste zur Zeit von Professor Nancy Frazier, mich zu verwechseln mit Nancy Faeser, unserer Bundesinnenministerin. Nancy Frazier, der Allesfresser, der Kapitalismus als brutales, rassistisches, antifeministisches System, das alles kannibalisiert, inklusive der Umwelt, der Demokratie und auch seinen eigenen Grundlagen. Was man ja dem Kapitalismus am meisten vorwirft, gerade das ist ja, dass er angeblich unsere ganzen großen Probleme nicht löst. Und das tut er natürlich auch nicht. Warum sollte er und wie sollte er das tun? Wenn jetzt morgen ein Komet auf die Erde fällt, dann wird er das auch nicht verhindern. Ich verstehe aber zum Beispiel nicht, warum jetzt der Kapitalismus antifeministisch sein soll zum Beispiel. Da ist der Kapitalismus meiner Meinung nach völlig neutral in der Frage. Die Frage ist eben weniger, ob Feminismus richtig ist oder falsch, sondern ob er sich durchsetzt. Und was das Klima betrifft, wenn die Verbraucher sagen würden, Dinge, die dem Klima schaden, die wollen wir nicht und die kaufen wir nicht, dann ist im Kapitalismus sofort Schluss mit Klimawandel. So einfach ist es. Nur aus unerfindlichen Gründen tun das die 8 Milliarden Verbraucher nicht. Das ist jetzt aber nicht die Schuld vom Kapitalismus. Ich bin eigentlich kein Libertärer oder Anarchokapitalist. Ich glaube schon daran, dass ein guter, effizienter Staat auch beiträgt und beitragen kann zum Wohlstand. Mit so Dingen wie einem Schulsystem, einem Rechtssystem, innerer Sicherheit oder auch Grundlagenforschung an Universitäten. Ich bin auch der Meinung, dass der Staat auch den Schwachen helfen sollte in einem gewissen Umfang. Und jetzt mal ganz abgesehen davon, ohne Freiheit und ohne Schutz des Eigentums, da gibt es ja auch keinen Kapitalismus. Und die werden aber in der Regel garantiert vom Staat. Man sollte nur darauf achten als Gesellschaft jetzt, dass der Staat das dann auch wirklich macht. Und trotzdem haben aber die Libertären in einigen Punkten recht, würde ich sagen. Und im Moment sind sie sogar besonders wichtig, weil sie nämlich auf das zeigen, was gerade schiefläuft. Wie ein Brennglas. Und das ist eben doch einiges. Und wir brauchen meiner Meinung nach nicht nur dringend eine Debatte jetzt mal über die Effizienz des Staates und ob er dieses oder jenes jetzt gut macht oder nicht. Sondern wir brauchen wahrscheinlich fast noch dringender auch eine Debatte über die Aufgaben des Staates und ob man das eine oder andere vielleicht doch lieber den Leuten überlassen sollte und dem Markt überlassen sollte. Und ich lese Ihnen jetzt kurz noch was anderes vor. Die Bourgeoisie hat in ihrer kaum hundertjährigen Klassenherrschaft massenhaftere und kolossalere Produktionskräfte geschaffen als alle vergangenen Generationen zusammen. Unter Jochung der Naturkräfte, Maschinerie, Anwendung der Chemie auf Industrie und Ackerbau, Dampfschifffahrt, Eisenbahnen, elektrische Telegrafen, Urbarmachung ganzer Weltteile, Schiffbarmachung der Flüsse, ganze aus dem Boden hervorgestampfte Bevölkerungen. Welches frühere Jahrhundert ahnte, dass solche Produktivkräfte im Schoße der gesellschaftlichen Arbeit schlummerten? Das ist jetzt nicht von jemandem, der marktfreundlich ist oder libertär, sondern das ist aus dem kommunistischen Manifest von 1848. Und Marx und Engels, die waren jetzt nicht unbedingt große Fans von der Bourgeoisie oder vom Kapitalismus. Aber eins war eben auch denen völlig klar, dass der Kapitalismus unglaubliche Kräfte freisetzt. Und davon waren auch die entsprechend beeindruckt. Der Kuchen ist da und man kann ihn auch umverteilen, fast schon nach Belieben. Nur das macht ihn leider meistens eher kleiner. Und darum ist es eben schon wichtig, dass auch ab und zu mal jemand wie Javier Milley auftritt und einen auch mal erinnert, wo der Kuchen herkommt. Weil bei uns die meisten Regierungen tatsächlich immer nur noch größere Stücke von dem Kuchen runterschneiden wollen. Aber sie scheren sich nicht mehr um die, die den Kuchen für uns backen. Aber was beschweren wir uns? Wir ermuntern die ja auch noch, weil wir von denen, die wir wählen, ja auch nur das hören, was wir hören wollen. Demokratie ist nämlich auch nur eine Spielart vom Kapitalismus. Es ist nur eine Variante sozusagen. Jeder kriegt das, was er verdient. Und was Sie sich jetzt verdient haben, dafür, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben sind, das ist natürlich meine Gratis-Hauspost diese Woche, wie gesagt, eben zu den Ländern, die wirtschaftlich besonders frei sind. Erhältlich auf www.heinrichs-hauspost.de Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.